Guten Tag, ich begrüße Sie zur Veranstaltung Fortgeschrittene Programmierung, Sommersemester 2018. Diejenigen von Ihnen, die im zweiten Semester sind, kann ich beruhigen, Sie müssen mich dann zwei Semester nicht sehen. Erst wieder im fünften. Oh, ja. Worum geht es hier? Oder erstmal zum vielleicht zum Organisatorischen. Also die Vorlesung findet statt montags um 12.15 Uhr hier im Audimax. Wir werden voraussichtlich zweimal um eine Viertelstunde verlegen müssen nach hinten. Müssen wir mal sehen, das weiß ich noch nicht genau. Dann die Übungen 14.45 Uhr, ebenfalls hier montags. Nicht 16 Uhr, 15.45 Uhr die zweite Übung. Die Übungen können Sie frei wählen. Ich glaube, dass es irgendwie mit einer anderen Lehrveranstaltung verzahnt ist. Und dort werden Sie wohl in Übungsgruppen eingeteilt oder auch nicht. Aber dann mittelt sich das schon aus. Ansonsten können Sie frei wählen, zu welcher Übung Sie kommen möchten. Wir werden ein größeres, zusammenhängendes Projekt in den Übungen bearbeiten. Es empfiehlt sich, dass Sie die Übungsblätter immer vorbereiten, also dass Sie immer Ihre Lösungen vorbereitet mitbringen. Am Anfang ist das für diejenigen, die vielleicht schon viel Erfahrung haben, noch ein bisschen langsam. Gegen Mitte und Ende hin wird es deutlich umfangreicher werden, kann ich Ihnen versprechen. Also es empfiehlt sich, Sie bringen Lösungen mit, weil wir es ansonsten nicht schaffen, das in 90 Minuten zu besprechen. Insbesondere, wenn es dann in ein bisschen komplexere Details geht. Es gibt in der Veranstaltung ein Testat, das zur Prüfungszulassung erforderlich ist. Das Testat besteht darin, dass Sie in zweier Gruppen eine Programmieraufgabe zu Hause bearbeiten. Sie haben dafür drei Wochen Zeit. Und dann wird in einer Übung oder in einem Übungsblock das Testat abgenommen. Es gibt auch nur dieses eine Testat in der Veranstaltung und auch keine Wiederholtermine oder irgendwie sowas, sondern es gibt genau einen Testattermin, an dem Sie das Testat ablegen können. Dazu werde ich mich dann noch ausführlicher äußern. Testattermin wird so um Anfang, Mitte Mai herumliegen. Ich zeichne die Veranstaltung auf, hauptsächlich am Computer mit dem Screencast. Heute haben wir jetzt mal hier dieses mobile Aufzeichnungssystem. Das werde ich aber nur heute verwenden, ansonsten die Screencast. Ich werde dann auch gleich an den Computer rüber wechseln und dort mit dem Screencast fortfahren. Sie brauchen also nichts mitzuschreiben, sondern können sich ganz oft auf die Vorlesung konzentrieren, wenn Sie das möchten. Inhaltlich geht es im Wesentlichen um Webtechnologien, aber mit dem Hintergrund, dass wir grafische Oberflächen bauen wollen. Also wir hatten ja im ersten Semester uns hauptsächlich mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigt. Dann haben Sie die grundlegenden Strukturen gelernt, was Schleifen sind, was Bedingungen sind, Zuweisungen, Variable, Typen, was Fehler sind, Fehlerzustände, wie Rekursion funktioniert, all diese Sachen. Das wollen wir jetzt nutzen, um grafische Benutzeroberflächen zu bauen. In jüngster Zeit ist es so, dass grafische Benutzeroberflächen nur noch sehr eingeschränkt mit nativer Software gebaut werden, also als native Software gebaut werden. Was heißt das? Dass wir beispielsweise, wenn wir ein Windows-Betriebssystem haben oder ein Mac-Betriebssystem haben und dasselbe Programm bauen wollen, zwei verschiedene Stücke Software entwickeln müssen. Der Trend geht also in den letzten Jahren ganz eindeutig in Richtung webbasierte Anwendungssysteme, das heißt Anwendungssysteme, die im Webbrowser laufen. Und deswegen finde ich es ganz sinnvoll, wenn wir uns damit eben auch beschäftigen in dieser Veranstaltung, wenn wir also webbasierte Systeme bauen. Das macht keinen wesentlichen Unterschied, ob wir jetzt eine Standalone-Java-Anwendung bauen oder ob wir ein webbasiertes System bauen, was im Browser läuft. Das ist von den Konzepten her nur unwesentlich unterschiedlich. Wir werden also so Konzepte kennenlernen wie ereignisgesteuerte Programmierung. Wir haben ja plötzlich mit einer User-Interaktion zu tun. Wir werden lernen, wie man Oberflächen strukturiert, also wie man sie strukturell aufbaut und wie man sie dann gestalten kann. Das werden wir jetzt in den ersten drei Veranstaltungen relativ zügig tun. Also wir werden uns mit HTML beschäftigen als Sprache zur Oberflächenbeschreibung, werden uns mit CSS beschäftigen als Sprache zur Oberflächengestaltung und wir werden uns mit JavaScript beschäftigen als Programmiersprache, um die Interaktion in den Seiten oder in den Programmen zu erreichen. Und wir werden uns mit JavaScript beschäftigen, um serverseitige Software zu bauen. Also Sie werden auch noch lernen, wie man verteilte Software-Systeme entwickelt, also Software-Systeme, die eine zentrale Datenhaltung auf dem Server haben und dann eine verteilte Oberfläche, die halt von vielen verschiedenen Usern genutzt werden kann. Wir werden uns mit Fragen auseinandersetzen, die so ein bisschen in die funktionale Programmierung reinreichen, was Closures sind, was Lambda-Ausdrücke sind. Und der Charakter des Studiums hier ist ja so gestaltet, dass Sie eben eine ganze Menge von, aufgrund dieses stark komprimierten Curriculums, dass wir einige theoretische Teile, die aber aus meiner Sicht wichtig sind, leider auslassen müssen, wie zum Beispiel den Lambda-Kalkül und ich werde hier ein paar Grundlagen von Lambda-Kalkül noch vorstellen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie Objekte serialisiert werden können, also über das Netz, beziehungsweise wie Objekte so umgewandelt werden können, dass man sie übertragen kann über eine Netzverbindung, werden uns mit modernen Technologien auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte und ich glaube, es ist auch eine sehr zukunftsorientierte Ausrichtung dieser Lehrveranstaltung, wenn wir nicht mit irgendwelchen nativen Sachen Software bauen, sondern wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie man sowas im Webbrowser macht und ich denke, dass das auch was sein wird, was Sie in Ihrem Arbeitsleben gut gebrauchen können. Wenn man internetbasierte Software bauen möchte, ist es manchmal ganz sinnvoll, dass man so ein bisschen eine Idee davon kriegt, wie sich das alles entwickelt hat und warum das eigentlich ganz schlau ist, das im Browser zu machen und warum das erst neuerdings ganz schlau ist. Und deswegen will ich Ihnen das jetzt einmal so ein bisschen vorstellen. So, wie ich es hinbekomme. Ja. Also angefangen hat das alles in den 60er Jahren, beziehungsweise Ende der 60er Jahre mit dem sogenannten ARPANET. Die ARPA ist ein Forschungszentrum des amerikanischen Militärs gewesen oder ist es nach wie vor nach meiner Kenntnis und Gegenstand dieses ARPANET war eine Vernetzung von US-amerikanischen Universitäten, der das Problem dabei war, oder nicht das Problem, sondern der erste Ansatz war, dass dieses Netzwerk dezentral und redundant ist. Das heißt, jeder einzelne Knoten hatte eine komplette Kopie aller Inhalte, die in diesem Netzwerk verfügbar waren, sofern sie für das Gesamtnetzwerk relevant waren. Das hat sich natürlich in den späteren Jahren erheblich verändert. Es wurde dann das TCP-IP-Protokoll im ARPANET verwendet. Das kennen Sie aus Grundlagen der Informatik. Ende der 80er Jahre sind die ersten deutschen Internet-Provider, eunet und xlink, entstanden. Kleiner Hinweis am Rande, Sie haben vielleicht schon mal eine edu-Domäne gesehen, also harvard.edu oder sowas. Die TU Dortmund ist tatsächlich die einzige Universität, mindestens in Deutschland, möglicherweise sogar außerhalb der USA, die eine edu-Top-Level-Domäne hat. Und 1989 wurde dann das ARPANET abgeschaltet, aufgrund dessen, dass man in Richtung TCP-IP und HTTP gegangen ist, beziehungsweise das HTTP kam ein bisschen später sogar noch, nämlich mit dem Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web. Der hat, der ist noch am CERN in Genf und hat die Idee gehabt, ein dezentrales, nicht-retundantes System aufzubauen, wo auf verschiedenen Servern verschiedene Informationen gehostet werden können und man immer nur die jeweilige Serveradresse kennen muss, um auf die Informationen zuzugreifen. Und in dem Zusammenhang sind drei wesentliche Technologien entstanden, nämlich das Hypertext-Transferprotokoll, was praktisch das Basisprotokoll des Internets ist und durch verschiedene Entwicklungen der jüngeren Zeit noch mal eine besondere Bedeutung bekommt, nämlich als Grundlage sogenannter REST-Interfaces, die wir hier auch bauen werden. Im Zuge dessen ist auch der sogenannte URI entstanden, der Uniform Resource Identifier, nämlich ein Feature, um Ressourcen im Web zu adressieren und die Hypertext-Markup-Language. Es ist abgeleitet von XML, von der Extensible Markup-Language, ist eine strukturierte Sprache, mit der Dokumentstrukturen beschrieben werden können. Was das alles bedeutet, werde ich in den nächsten Minuten und auch in der nächsten Vorlesung noch ausführlicher dann darlegen. Ja, die Webseite des ersten Webservices ist info.zern.ch und die ist nach wie vor online. Witzigerweise kann man sich dort unter anderem mal angucken, wie Browser in den Anfangsjahren des Web aussahen. Also so einen textbasierten Browser haben die dort simuliert. Das ist ganz spannend. Mitte der 90er Jahre wurde das W3C, das World Wide Web Consortium, gegründet. Das sind praktisch die Herren und Damen über die Standards, die im Web herrschen. Ja, also das ist ein Standardisierungsgremium für das WWW. Und man wollte mithilfe dieser offenen Standards verhindern, dass das Internet zerfällt in Einzelteile, einfach weil es dann möglicherweise proprietäre Inseln gegeben hätte, die nicht kompatibel sind und angeschlossen werden können. Und deswegen hat man versucht, hat man versucht, so ein Standardisierungsgremium gegründet. Sie haben vielleicht schon mal von den RFCs gehört, Requests for Comments. Das sind Dokumente, die praktisch jeder einreichen und zur Diskussion stellen kann, wo Protokolländerungen, Protokollerweiterungen, Spracherweiterungen und der gleichen Dinge mehr diskutiert werden und der Weiterentwicklung der jeweiligen Standards. Teilweise werden auch neue Standards für neu auftauchende Anwendungsfälle eingeführt. Gut, ich erinnere, oder ich möchte jetzt mal nur nennen, zum Beispiel Voice-over-IP, ja, das SIP als Protokoll, da war vor 30 Jahren noch nicht dran zu denken, dass man über eine digitale, paketbasierte Verbindung telefonieren kann. Zum WWW gehört auch immer dazu, dass man einen Browser hat, in dem man die Inhalte darstellen kann. Begonnen hat das, was die grafische Darstellung betrifft, mit dem sogenannten Mosaic-Browser. Der hatte, das war letzten Endes der erste Browser, der ernst zu nehmen war. Daraus ist dann der Netscape-Browser hervorgegangen. Aus dem Netscape-Browser ist dann später der Firefox-Browser hervorgegangen. Es gab dann so ein neues Berufsbild Webdesigner. Ich bin 1999 in ein Unternehmen, in ein Start-up eingetreten, als Bereichsleiter für webbasierte Lösungen. Und da haben wir uns tatsächlich mit solchen Leuten rumschlagen müssen. Das können Sie sich nur schwer vorstellen, was damals so abgegangen ist. Der Webdesigner als solcher, oder die Webdesigner der damaligen Zeit, die kamen häufig aus dem Print-Bereich. Und es war denen einfach nicht zu vermitteln, dass man die Größe eines Browser-Fensters ändern kann. Ich habe Stunden und Tage mit Diskussionen darüber verbracht, dass man Oberflächen so entwerfen muss, dass sie dem Nutzer oder den technischen Randbedingungen des Nutzers entsprechend sich anpassen können sollten. und es lief dann immer wieder darauf hinaus, dass man auf eine Auflösung von 1024 mal 768 Pixeln optimiert hat. Vielleicht haben manche von Ihnen diesen Hinweis sogar schon mal gesehen. Mittlerweile trifft man das fast gar nicht mehr. Aber das war wirklich eine finstere Zeit damals. Was das betrifft. Hallo, kommen Sie vom Kollegen Greveler? Achso, dann kommen Sie bitte in Zukunft pünktlich. Entschuldigen Sie bitte? Nehmen Sie das nächste Mal einen früher, ja? Mitte der 90er Jahre steigt Microsoft in diesen Markt ein. Und das hat nochmal zu einer enormen Verwerfung geführt. Nämlich, damals war es eine Eigenheit der Firmenpolitik von Microsoft, dass man so eigene Brötchen gebacken hat, also proprietäres Zeug gebaut hat. Und das haben die auch mit dem Internet Explorer versucht und eine Zeit lang auch durchaus erfolgreich hinbekommen, was dazu führte, dass man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, welche Eigenschaften die Ausführungsumgebung der Software hatte. Das hat die Entwicklung von vernünftiger, webbasierter Software bestimmt um geschätzt 10 bis 15 Jahre zurückgeworfen. Weil die Ausführungsumgebung für JavaScript eben praktisch unvorhersagbar war. Es war unglaublich teuer, Software für einen Browser zu entwickeln, weil man so viele verschiedene mögliche Ausführungsumgebungen berücksichtigen musste. Und das hat sich eben tatsächlich erst in den letzten Jahren gebessert, seitdem Google in diesem Markt mitmischt und verstärkt darauf gesetzt wird, dass die Standards eingehalten werden. Und in dem Zusammenhang ist dieser Browser-Krieg ausgebrochen. Also Microsoft hat damals den Internet Explorer als Bestandteil des Betriebssystems Windows verkauft und ist dann in einem längeren Rechtsstreit von der EU dazu verdonnert worden, auch die Möglichkeit zu geben, andere Browser zu installieren. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in letzter Zeit mal ein Windows-System installiert haben, dass Sie gefragt werden, welchen Browser Sie haben wollen. Das ist genau Ergebnis dieses Rechtsstreits, ist dieser Dialog. 1998 wurde der Quellcode von Netscape veröffentlicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viel Häme über Netscape ausgeschüttet wurde wegen der Quellcode-Qualität. Daraufhin wurde aber das Mozilla-Projekt gegründet und seitdem wird der Firefox-Browser entwickelt, streckenweise sehr erfolgreich. Und dann hat Google mit dem Chrome-Browser die Bühne betreten und hält momentan, wenn wir auf die Verbreitung in Deutschland schauen, den größten Marktanteil, wobei man da hier sagen muss, dass der Marktanteil von Google, von Chrome im weltweiten Vergleich sehr gering ist. Also in anderen Ländern sind das deutlich über 60%. Smartphones haben die Welt nochmal erheblich verändert. Mit den kleinen Displays hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Oberflächen noch deutlich anpassungsfähiger zu gestalten. Das werden wir in den nächsten Wochen hier kennenlernen. Und das Interessante dabei ist, seit November 2016 ist der Marktanteil mobiler Webbrowser höher als der von Desktop-Browsern. Das heißt, wenn Sie Oberflächen entwerfen, die auf Desktop-Browser ausgerichtet sind, tun Sie eher Dinge, die in Richtung Auslaufmodell gehen. Ja, also ein Anwendungssystem, sofern es jetzt nicht absehbar auf stationären Computern läuft oder so umfassend ist, nehmen wir mal an, riesige Formularsysteme von Behörden oder irgendwie sowas, die sich nicht sinnvoll auf einem Smartphone abbilden lassen. Aber kleinere Informationssysteme sollte man schon durchaus so planen, dass sie eben auch Smartphone-fähig sind, einfach weil der Smartphone-Marktanteil mittlerweile den von Desktop-Browsern überschritten hat. Ja, wir haben dadurch ganz neue Ansprüche an Websites und solche Dienste, insbesondere begrenzte Bandbreite. Wir haben geringere Rechenleistung und wir haben Interaktionen nur über Touch. Stimmt jetzt nicht ganz. Doch, das stimmt nur über Touch, aber man kann sich natürlich auch so eine Bildschirmtastatur einblenden. Das verändert aber auch nochmal die Wahrnehmung der Oberfläche. Und sowas wie eine Maus gibt es eben nicht. In einem wichtigen Zusammenhang mit dem Internet steht dieses Hypertext-Transfer-Protokoll. Das ist ein Kommunikationsprotokoll und dient der Übertragung von Daten zwischen Webclient und Web-Server. Wir werden gleich noch sehen, was genau dahinter steckt. Liegt in der siebten Schicht vom ISO-OSI-Modell und die Kommunikation läuft über menschenlesbare Textnachrichten. Ein Webclient, also ein Browser, sendet ein HTTP-Request an den Server und der Server antwortet mit einer sogenannten Response. Die sind wohl strukturiert, das sehen wir gleich noch, und genau diesen Umstand werden wir uns auch hier in der Veranstaltung zum Nutzer machen. Das HTTP selbst ist zustandslos, in dem Sinne, dass der Server keine Informationen über den Zustand des Clients hat und der Client keine Informationen über den Zustand des Servers. Das ist auch ein positiver Aspekt von moderner, webbasierter Software, dass wir genau diesen Umstand ausnutzen wollen, weil Statusinformationen zu verwalten immer Schwierigkeiten nach sich zieht. Das werde ich dann an geeigneter Stelle noch ein bisschen weiter ausführen. Und so eine Nachricht besteht immer aus einem Header, aus Header-Informationen, die die Nachricht beschreiben und aus dem eigentlichen Nachrichteninhalt bis auf wenige Ausnahmen. Da gehe ich dann auch noch gleich drauf ein. Es gibt verschiedene HTTP-Versionen, die über sogenannte Requests for Comments, das hatte ich vorhin schon gesagt, diskutiert und beschrieben werden. Aktuell können wir davon ausgehen, dass wir mit HTTP 1.1 arbeiten. Also interessanterweise ist HTTP 2 zwar seit 2015 als Standard veröffentlicht. Tatsächlich wird es aber gar noch nicht so umfassend unterstützt, wie man das nach drei Jahren eigentlich hätte erwarten können. Also HTTP 1.1 ist auf jeden Fall mal eine sichere Bank. Wir schauen uns das hier mal zuerst an. HTTP ist ein Protokoll, mit dem zwei Computer, ein Client und ein Server miteinander kommunizieren können. Und es läuft so ab, dass der HTTP-Client, wenn er im Browser läuft, was in schätzungsweise 95% der Fälle so ist, dass der einen Request an den HTTP-Server sendet, zum Beispiel in der Form http.softlab.hsrw.eu und dann eine HTTP-Response zurückkriegt. Und hier steht jetzt drin HTML-Daten. Das ist das, wie das Internet vor vier Jahren ungefähr funktioniert hat. Ich will da trotzdem jetzt hier an der Stelle nochmal drauf hinweisen. Wenn wir eine Webseite anzeigen oder irgendeine Anwendung, dann kriegen wir üblicherweise ein Format namens HTML ausgeliefert. Zumindest einmal passiert das. In der Regel nämlich am Anfang, wenn die Oberfläche ausgeliefert wird vom Server. Und dann kommen solche HTML-Daten zurück. Die kann der Browser verarbeiten und kann sie dann auf der Oberfläche anzeigen. Das ist das, was Sie alle kennen. Und jetzt nochmal zu dem Mechanismus ein bisschen detaillierter. So ein HTTP-Client adressiert eine Datei oder eine Ressource, eigentlich besser gesagt. Und diese Ressource muss eben auf dem HTTP-Server liegen. Und diese Adressierung erfolgt mit Hilfe eines sogenannten URLs. Den Begriff werden wir auch noch häufiger sehen. So ein Uniform-Resource-Locator. Und der ist immer gleich aufgebaut. Der besteht nämlich aus einem Protokoll, ein oder mehreren Subdomains, einem Domain-Name und der sogenannten Top-Level-Domain. Das wollen wir uns einmal anschauen. Top-Level-Domains sind bis auf wenige aus... Ach nee, neuerdings ist es ja ganz anders. Top-Level-Domains waren lange Zeit länderbezogen. Also es gab eine Domain .de für Deutschland, .us für USA, .ru für Russland und so weiter. Und es gab ein paar Ausnahmen davon in den USA. MIL, GOV, ORG und EDU, die für besondere Zwecke reserviert waren. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass wir ja sehr, sehr viele sogenannte Top-Level-Domains Verbreitung gefunden haben. Hier in der Gegend zum Beispiel .ruhr könnte man sich eine Domäne registrieren. Info, bis und so weiter. Die Top-Level-Domain ist immer die letzte Angabe vor dem Port. Die Portnummer wird mit Doppelpunkt abgetrennt. Was ein Port ist, müssten Sie, bin ich nicht sicher, müssten Sie wissen eigentlich, ja, TCP-Port. Bei den Standard-Protokollen HTTP und HTTPS muss die Portnummer nicht mit angegeben werden. Port 80 und Port 443 braucht man nicht anzugeben. Das Protokoll selber wird auf diese Weise genannt, HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash. Und Tim Berners-Lee hat mal gesagt, dass er sich in seinem Leben über nichts mehr ärgert, als darüber, diese beiden Slashes eingeführt zu haben, weil die eigentlich unnötig sind. Man braucht die nicht. Die Doppelpunkt würde völlig ausreichen. Und wahrscheinlich verbrauchen diese Slashes Energie im Megawatt-Bereich oder so was. Nur, dass es diese zwei Slashes gibt. Ja, die müssen interpretiert werden, die müssen angezeigt werden, die müssen irgendwo gespeichert werden. Kleine Dinge mit großer Wirkung. Und dann kann man hinter dem Port, beziehungsweise hinter der Top-Level-Domain, wenn man den Port weglassen kann, noch so einen Pfad zu einer Datei oder zu einer Ressource angeben, so wie man das aus dem Pfeil-System kennt. Diese Part-Angaben sind Betriebssystem-unabhängig. Es macht also keinen Unterschied, ob der Server ein Windows-System ist oder ein Unix-UID-System. Es werden immer Vorwärts-Slashes verwendet, keine Backslashes, auch wenn das Server-Betriebssystem wirklicherweise Backslashes standardmäßig verwendet. Das ist also eine andere Ebene von Adressierung von Dateien. So, was passiert da? Das Protokoll wird erkannt. Da wird ein Request an das sogenannte DNS geschickt. DNS kennen Sie, meine ich auch. Müssen Sie aus Grundlagen der Informatik kennen? Ja? Muss ich nicht nochmal erläutern. Also der Domain-Name wird dann in eine Adresse, in eine IP-Adresse übersetzt und nur mit dieser IP-Adresse kann über mehrere Knotenpunkte dann tatsächlich der jeweilige Server angesprochen werden. und dann wird über TCP-IP die Verbindung zu diesem Port 80 aufgebaut. Wie läuft jetzt so eine Anfrage ab? Der Request wird gesendet dann wieder auf der Level 7-Schicht. Der Server überprüft die Anfrage, ob das Dokument da ist, ob die Zugangsberechtigungen gegeben sind und leitet gegebenenfalls die Anfrage auch weiter an einen sogenannten Application Server. Also, es muss nicht so sein, dass Dokumente auf dem Server fertig liegen und ausgeliefert werden als HTML-Datei, sondern moderne webbasierte Systeme beruhen darauf, dass diese Dokumente generiert werden. Beziehungsweise auch das ist schon wieder ein eher veraltender, ein Ansatz, der eher veraltet, dass die Seiten dynamisch auf dem Server zusammengebaut werden, sondern das wandert zunehmend in den Client. Das ist auch das, was ich Ihnen hier beibringen möchte. Aber grundsätzlich kann ein Web-Server eben auch so agieren, dass er nicht einfach eine Datei aus dem File-System holt und die ausliefert, sondern dass er die Datei oder dieses HTML-Dokument on the fly zusammenbaut mit Daten, die zum Beispiel aus einer Datenbank kommen. Der Server sendet dann eine Antwort. Die kann verschiedene Status haben, das werden wir gleich noch sehen und der Browser präsentiert dann das erhaltene Dokument. Da wird also das HTML interpretiert. Wie HTML aufgebaut ist, sehen wir dann auch gleich noch. Gegebenenfalls werden weitere Ressourcen abgefragt, wie Bilder, Skripte und Sonstiges. Und der kleinseitige Code, der mit dieser Antwort zurückgeliefert wurde, wird dann im Browser ausgeführt. So ein HTTP-Request ist immer gleich aufgebaut. Wir haben den Header, das ist der Teil hier oben, und wir haben den Body, das ist der Teil hier unten. und wir schreiben vorne immerhin die Methode, dann den Uniform Resource Identifier und die Version des HTTP-Protokolls, die wir verwenden wollen. Und dann können wir noch so eine Liste von Schlüsselwertpaaren übermitteln, sogenannte Parameter mit den jeweiligen Werten. Wir schauen uns das gleich mal an. Es gibt drei verschiedene Header, ein General Header, ein Request Header, ein Entity Header. Interessiert uns so im Detail jetzt eigentlich nicht. Was uns interessiert, ist dieses Beispiel. Also wir haben hier vorne die Methode. Die Methode ist jetzt Get in dem Fall. Das heißt, du liefere mir das Dokument, was ich hier angebe. Und jetzt sehen Sie den Unterschied zwischen einem URI und einem URL. Ein Uniform Resource Locator beginnt immer bei HTTP-Doppelpunkt-slash-slash und enthält die gesamten, also die weltweit eindeutigen Informationen. Um die Ressource anzufragen, und der URI, der beginnt bei einem als Root-Dokument gekennzeichneten Pfad. Also da wurde einmal eine Verbindung aufgebaut mit Hilfe eines URLs und ab dann wird immer mit dem URI gearbeitet, weil dann für den Server klar ist, dass es immer beim Root-Dokument losgeht und dass das dann der Pfad ist zu der Ressource, die er ausliefern soll. Auch das werden wir uns noch im Detail anschauen. So, dann gibt es so einen General Header, wo drin steht, wann das Ding abgeschickt wurde, wie mit der Verbindung zu verfahren ist. Und ein Request-Header, da stehen so Sachen drin, wie welche Datentypen akzeptiert werden, welche Sprachen, welches Encoding, also welche Kompressionen gegebenenfalls. Es wird mitgeliefert, um welchen User-Agent es sich handelt, also welchen Browser. Das kann für den Server von Bedeutung sein, dass er gegebenenfalls Seiten unterschiedlich rendert, wenn unterschiedliche Browser da kommen. Hier wird der Host noch mitgeliefert und der Referrer besagt, woher das gekommen ist. Das sind alles gegebenenfalls optionale Header, die müssen also nicht zwingend angegeben werden. So, wenn wir keinen Request-Buddy mitsenden, brauchen wir auch keinen Entity-Header mitzuschicken, weil der den Button-Inhalt beschreibt. Das steht nämlich zum Beispiel drin, und das wird wichtig werden in den kommenden Veranstaltungen, wie ist die Inhaltscodierung. Wir hatten Anfang des letzten Semesters ja die umfassende Diskussion über UTF-8. Also man kann dann angeben, mit welcher Zeichensatzcodierung das Dokument geliefert wird. Man kann die Sprache angeben, den Content-Typ. Es gibt verschiedene Inhaltstypen, auch das werde ich im Detail noch erläutern, wie lang der Inhalt ist und dann die eigentlichen Nutzdaten, zum Beispiel Formulardaten. Wenn man eine Formulareingabe hat für einen Tarifrechner bei einer Kfz-Bersicherung, Hersteller, Schlüsselnummer und Hubraum, Erstzulassungsdatum, Alter des Kraftfahrzeughalters, Anzahl der Fahrer und all solche Daten, das checkt dann alles auf eine bestimmte Weise kodiert, im Vali-Mail. Es gibt eine ganze Menge verschiedene HTTP-Methoden. Für uns wesentlich sind die Methoden GET, POST, PUT und DELETE. Das sind nämlich die vier Methoden, die ausreichen, um ein Informationssystem zu bauen. Die bilden das sogenannte CRUD-Schema ab. Auch da werde ich noch drauf eingehen. Mit GET holen wir Inhalte vom Server ab. Mit POST schicken wir Daten an den Server und kriegen gegebenenfalls Daten zurück. Mit PUT laden wir Daten auf den Web-Server. Das ist nahezu dasselbe wie POST. Wir werden aber sehen, dass die Unterscheidung sinnvoll und notwendig ist. Und mit DELETE können wir Ressourcen röschen. Die sind mit HTTP-Version 1.1 erst eingeführt worden. Aber die nehmen eben einen wichtigen, einen hohen Stellenwert ein. Wenn der Server eine Antwort zurückschickt, dann sieht das ganz ähnlich aus. Der schreibt, welche Version er liefert, wie der Status-Code ist, also wie er mit dem Request, wie er den Request verarbeitet hat und einen Status-Text. Das werden wir gleich noch sehen. Die hängen direkt miteinander zusammen. Also der Status-Code bedingt den Status-Text. Dann kommt wieder so ein Schlüsselwertpaar. Eine Menge von Schlüsselwertpaaren. Und dann kommen die eigentlichen Nutzdaten, die zurückgeschickt werden. Das sieht hier auch wieder so ähnlich aus. Hier steht jetzt HTTP 1.1. 200, okay. 200 bedeutet, es ist alles in Ordnung. Und der zugehörige Status-Code ist dann eben okay. Hier wieder die Header. Dann gibt es nochmal Response-Header. Und der Entity-Header, das ist die Beschreibung wieder des Inhalts. Da steht dann drin, was geliefert wird. Nämlich Text HTML und wie lang das ist. All das werden wir im Detail noch sehen. Es gibt fünf Status-Code-Gruppen. In HTTP, die 100er-Gruppe dient dazu, mitzuteilen, dass die aktuelle Anfrage noch verarbeitet wird. Alle 200er sind irgendwie erfolgreiches, durchführende Operationen. 300er bedeuten, dass die Ressource irgendwo hin anders umgezogen ist, also umgeleitet wird. 400 ist eine Mitteilung des Servers, dass der Client einen Fehler gemacht hat. Und 500 ist eine Mitteilung des Servers, dass er selber in irgendeinem Fehlerzustand ist und den nicht lösen kann. So ein paar Beispiele mal. 200 hatte ich schon gesagt. 301 Moved Permanently. Das ist eine Information, da liefert der Server normalerweise die Adresse, die neue Adresse mit und der Browser ruft dann von dieser neuen Adresse vollautomatisch die Informationen ab. Also das ist dann transparent. Das kriegt man als User dann gar nicht mit. Not Modified wäre jetzt so ein Hinweis, das hat sich gar nicht geändert. Du kannst es also aus dem Cache laden, also aus deinem Zwischenspeicher. Die 400er, 404 haben Sie bestimmt alle schon mal gesehen. 401, 403, also der Client ist nicht berechtigt oder der Typ wird verbreitet. Und 500, es ist irgendein interner Serverfehler aufgetreten. Also gut, jetzt müssen wir einmal kurz überlegen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ich will noch zwei Dinge nahe bringen. Wir machen mal weiter mit Storyboards und dann machen wir so eine kleine, ganz kleine Einführung in HTML. Also heute ist es ein bisschen kompaktifiziert, damit Sie ans Arbeiten kommen und die Übungsaufgaben schon mal bearbeiten können. Okay, wir schauen mal. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir uns beschäftigen wollen mit grafischen Benutzeroberflächen. Grafische Benutzeroberflächen bedeuten in der Regel auch, dass die Anwendungssysteme, die wir entwickeln, ein bisschen größer sind als finde die Quersumme von 3000 rekursiv. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns viel mehr in Richtung reales Leben bewegen. Und das wiederum bedeutet, dass Sie verstehen müssen, dass Anwendungen, die im realen Leben stattfinden sollen, nicht einfach so aufgeschrieben werden können. Okay, also grafische Benutzeroberflächen bedürfen üblicherweise umfassenderer Planung. Und es gibt verschiedene Sorten von Kunden, mit denen man so typischerweise zu tun hat. Wenn Sie mit Marketingleuten als Ansprechpartner zu tun haben, ist es immer wichtig, dass das, was Sie präsentieren, schick aussieht. Wenn Sie eher mit Personen zu tun haben, die fachliche Anforderungen definieren, also aus der Fachabteilung stammen oder aus der, oder Techniker sind, also technische Rahmenbedingungen vorliegen, ist es eher wichtig, dass es funktioniert. Das bedeutet, mit unterschiedlichen Kundenrollen muss man auch unterschiedlich umgehen. Das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem Software vernünftig planen muss. Wenn man mit Technikern zu tun hat, ist es häufig eher so, dass man ein großes Verständnis dafür hat, dass man einen technischen Durchstichprototypen bauen können muss. Das geht jetzt ein bisschen in Richtung Software Engineering, was ich Ihnen erzähle. Das lernen Sie alles im vierten Semester nochmal ausführlicher. Ein Durchstichprototyp bedeutet einfach, dass man über alle Schichten der Anwendung hinweg, wir hatten jetzt gerade gesehen, wir wollen Anwendungen bauen, die im Client mal irgendwie anfangen und mit einem Server zu tun haben, dass man über alle Schichten der Anwendung hinweg einmal testweise eine Funktionalität implementiert, um einfach zu verstehen, wie der Technologie-Stack geschaffen ist und welche technischen Herausforderungen es möglicherweise geben könnte. Mit Marketingleuten eben zeigt sich das ein bisschen anders. Da geht es im Wesentlichen darum, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Selbst wenn wir jetzt als eher technisch ausgerichtete Informatiker der Meinung sind, ja, das wie es aussieht, ist ja nur Zucker, den streut am Ende irgendjemand drüber. Das sind nicht die harten Probleme. Die harten Probleme stecken ja üblicherweise in der Technik, in Zugängen zu Drittsystemen, in der Statusverwaltung, Berechtigungsmanagement und solchen Fragestellungen. Das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem mit anderen Leuten eben auch zu tun hat. Ganz sinnvoll, wenn man eine grafische Benutzeroberfläche baut, ist es, dass man eine Idee davon hat und die auch mit dem Auftraggeber diskutiert, welche Dialoge es geben soll, wie die aussehen sollen, also welche Dialogelemente es geben soll und wie die miteinander zusammenhängen. Und dafür gibt es eine Beschreibungssprache, die ganz einfach ist, die nennt sich Storyboard. Dafür gibt es auch Online-Tools, mit denen man solche Storyboards bauen kann. Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass es für mich am besten funktioniert, wenn ich es mit einem Stift auf dem Display schreibe, weil man da drin rumradieren kann. Und so ein Storyboard soll dazu dienen, eine Anwendung einmal grafisch zu beschreiben. Die soll nicht beschreiben, welche Farbvorläufe es gibt und welche tollen visuellen Effekte es gibt, sondern die soll im Prinzip beschreiben, aus welchen Komponenten die Anwendung besteht und wie diese Komponenten im Sinne des Dialogflusses, den der User auslöst, miteinander zusammenhängen. Die bestehen auch nur aus ganz wenigen einzelnen Elementen. Ich schreibe das mal auf. Das finden Sie auch im Skript. Das Skript ist jetzt noch nicht ganz, ist jetzt noch nicht freigeschaltet. Das wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen nochmal aufgeräumt sein und dann freigeschaltet sein. Diejenigen von Ihnen, die sich jetzt vor 12.03 Uhr in den Nudelkurs eingetragen hatten, müssen sich nochmal neu eintragen, weil ich alle Teilnehmerin löscht habe. Einfach damit nicht Teilnehmer, die noch aus dem letzten Semester eingetragen sind, diese Mails bekommen. Also eine Komponente ist einfach nur ein Rechteck. Eine Komponente kann sein, eine gesamte Seite, ein Dialog, ein Button, ein Eingabefeld, also irgendwas, was eine Funktion in so einer Software haben kann. Dann gibt es einen Kontrollfluss. Das ist einfach ein Pfeil mit einem Punkt hinten dran. Worum der Punkt wichtig ist, erkläre ich gleich. Dann kann man sowas kennzeichnen, wie Zustände oder Eigenschaften oder Ereignisse, Bezeihung. Das sind einfach eckige Klammern, zwischen denen Text steht. Das ist ein bisschen angelehnt an die OCL-Constraints von UML, falls Ihnen das was sagt. Und es gibt Kommentare, um beschreiben zu können, was die eigentliche Komponente bedeutet oder welche Rahmenbedingungen gelten. Und es gibt, wenn wir größere Storyboards bauen wollen, gibt es noch so Verbindungen. Also wenn wir über mehrere Seiten Komponenten miteinander in Beziehung setzen wollen, die jetzt aber nicht nebeneinander gezeichnet werden können aus irgendeinem Grund, dann kann man das einfach so machen, indem man so eine Art Wurmloch definiert. Ja, also das steht auf einer Seite, das steht auf einer anderen Seite und durch diese drei ist gekennzeichnet, dass die zusammengehören. Sowas ähnliches haben Sie bestimmt schon mal gesehen im Zusammenhang mit Aktivitätsdiagrammen oder mit Programmablaufplänen oder irgend sowas, wenn Sie schon mal mit strukturierten Softwareentwicklungen außerhalb dieser Hochstudien zu tun hatten. Und der nächste Punkt ist, oder das letzte Element ist die Abstraktion. Das ist kein wirkliches Element in dem Sinne, sondern das ist einfach nur eine Art und Weise, wie wir Komponenten verwenden. Und wenn wir nämlich Komponentennamen geben, wie zum Beispiel sagen wir mal Home, Login, noch mal kürze ich mal. Konto, dann kann man mit Hilfe solcher Abstraktionen auf verschiedenen Ebenen darstellen, wie größere oder kleinere Zusammenhänge sind. Das heißt, hier habe ich jetzt in die Einzelkomponenten gar keine Kontrolls oder sowas eingezeichnet, sondern ich habe einfach nur Komponenten miteinander verbunden, habe gesagt, man kommt irgendwie von Home nach Login und irgendwie von Login nach Konto und von Konto kommt man vielleicht nicht nach Login, aber nach Home oder irgendwie sowas. Ja, auf diese Weise lassen sich abstraktere, größere Zusammenhänge darstellen. Wir wollen uns das mal an einem Beispiel anschauen. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Login-Seite für irgendeine Anwendung bauen. Also wir haben eine Seite Login. Oh, ich habe noch was vergessen. Wir brauchen ja noch Magic, oder? Wir brauchen noch Verzweigungen. Es gibt noch Möglichkeiten, im Kontrollfluss zu verzweigen, das werden wir gleich sehen. Also, wir haben irgendeine Seite Login. Wie die aussieht, ist vollkommen egal. Und die enthält diese Controls. Sie sehen jetzt schon, das ist vollkommen unerheblich, wie das angeordnet ist, wie das, also über Anordnungen kann man vielleicht auch mithilfe des Storyboards diskutieren, aber wie das genau gestaltet ist, ist vollkommen irrelevant. Es hat keine Bedeutung. Was uns jetzt das hier sagen will, ist, du musst offenbar einen Kontroll haben, wo du einen Namen eingeben kannst, du musst einen Kontroll haben, wo du ein Passwort eingeben kannst und du musst einen Kontroll haben, wo du draufklicken kannst, um das abzuschicken. So, wenn man jetzt so etwas modelliert, dann modelliert man üblicherweise den sogenannten Happy Part. der Happy Part ist der Pfad durch eine Anwendung, bei dem alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Also der Standardweg durch die Applikation. Wenn wir jetzt einen Namen und ein Passwort eingeben in diese Login-Seite und auf OK drücken, was passiert denn dann? Ja? Genau, wir müssen die Credentials überprüfen. Seltsam. Letztes Jahr hat jemand genau denselben Text gesagt. Haben Sie sich die Vorlesung vom letzten Jahr angeschaut? Okay. Also es war jetzt wirklich wortgleich. Ähm. Okay. Genau, wir müssen also überprüfen, ob Login und Passwort stimmen. Und in Abhängigkeit von dieser Überprüfung tun wir was? Also wir überprüfen Username und Passwort und was muss dann passieren? Ja? Genau, also es kann entweder korrekt sein oder fehlerhaft. Das ist die wesentliche Information. Das heißt, wir werden wohl irgendwie so eine Verzweigung hier brauchen. Und gehen von diesem Okay-Button dahin. Und jetzt sehen wir auch, wozu wir den Punkt brauchen. Ich habe das immer wieder gesehen, oder ich neige selbst auch dazu, wenn man wenn man diesen wenn man einen Pfeil einfach an so einen Control dran schreibt, lässt man vielleicht ein bisschen Abstand oder achtet nicht so genau drauf. Und dann kann es manchmal unklar sein, wo der jetzt dran sitzen soll. Wenn der Punkt aber da ist, dann macht man den Punkt genau entweder auf den Rand oder in das Control rein und dann ist die Zuordnung eindeutig. Deswegen gehört der Punkt dazu. Happy Path hatten wir gesagt zuerst. Wenn es gut gegangen ist, dann schreiben wir dran Login Okay. Also das ist das Ereignis das Ereignis, das eingetreten ist und dann kommen wir zum Beispiel hier zur Kontoseite. Und dann kann man hier vielleicht sowas sehen wie meine Bestellungen und ja irgendwie sowas. In dem einfachen Beispiel kann man sich jetzt aus dem Kontext überlegen, was wohl diese Raute hier tut, nämlich das Login überprüfen. Man kann aber auch sagen, ich schreibe das als Kommentar dran. Kommentare können einfach an jedes Kontroll dran geschrieben werden. Also an Pfeile, an Verzweigungen, an Komponenten, alles was es gibt. Oder an jedes Element dran geschrieben werden. So, und der andere Pfad ist jetzt natürlich Login nicht Okay. So, und was tun wir jetzt? Genau. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da könnte man jetzt entweder zurückleiten auf dieses Login auf den Login-Dialog und hier heranschreiben Fehlermeldung. ausgeben. Man könnte natürlich, das gibt es auch bei manchen Anwendungen, auf eine neue Seite wechseln, in der dann steht, Username, Passwort stimmt nicht und dann noch solche Kontrolls einblenden wie Passwort vergessen oder irgendwie so was. Das hängt davon ab, was mit dem jeweiligen Auftraggeber abgestimmt wurde. Ja, da gibt es möglicherweise da gibt es möglicherweise irgendwelche Vorgaben, wie das sein sollte. Das ist also der Hintergrund dessen, was da passiert. Sie hatten eine Frage. Ein was? Ja, wenn man jetzt ein, also Sie meinen so ein modales Fenster. Ein modales Fenster ist ein Fenster, was sich über eine grafische Benutzeroberfläche legt und was unbedingt zuerst geklickt werden, weggeklickt werden muss, bevor es in der Anwendung weitergehen kann. Das entspricht ja aber diesem Pfeil, weil wir ja wieder auf die Login-Seite zurückkommen. Okay, das sind also Storyboards, wie die Abstraktion jetzt funktionieren würde in so einem Kontext, habe ich hier oben schon geschrieben und eine ihrer Übungsaufgaben wird es eben sein, so ein Storyboard für dieses Logsystem zu bauen oder aufzuschreiben. Gut, und damit wir jetzt so ein bisschen ans Arbeiten kommen, will ich Ihnen jetzt noch eine Kurzeinführung in HTML geben und Ihnen mal die einfachste HTML-Datei, die man so bauen kann, vorstellen. Und das machen wir direkt im Eclipse. So, die einfachste HTML-Datei, die sieht so aus. Ich muss vielleicht dazu noch etwas sagen. Ich hatte ja gesagt, es gibt drei Sprachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, mit HTML, mit CSS, mit JavaScript. Wir werden jetzt heute erst mal nur über HTML reden. Im Kontext webbasierter Systeme haben diese drei Sprachen unterschiedliche Funktionen. HTML dient dazu, die Oberflächenstruktur festzulegen. Also, welche Elemente gibt es auf der Benutzeroberfläche? Und sonst nichts. Mit CSS legen wir fest, wie diese Elemente angeordnet sind und wie sie aussehen. Und mit JavaScript legen wir fest, wie diese Elemente miteinander und mit dem User und mit dem Server interagieren. Und das, worum es hier jetzt geht, ist einfach nur überhaupt in der Lage zu sein, eine Oberflächenstruktur zu bauen. Und das ist jetzt die einfachste HTML-Seite. Wir werden einige von Ihnen sagen, Moment, das stimmt ja nicht, weil Sie schon ein bisschen mehr wissen. Sie haben recht, ich will Ihnen trotzdem etwas zeigen. So. Dieses Hallo Welt wird jetzt tatsächlich angezeigt. Wir verwenden in der Veranstaltung immer den Chrome-Browser. und im Chrome-Browser gibt es Entwickler-Tools, mit deren Hilfe man sich anschauen kann, wie die Struktur der Seite beispielsweise ist. Das geht hier bei Elements und jetzt sehen Sie zwei verschiedene Dinge. Wenn wir uns den Seitenquelltext anschauen, dann sehen wir genau das, was ich eingegeben habe im Eclipse habe. Das hier. Wenn wir in den in die Strukturanzeige des Chrome wechseln, dann sehen wir viel mehr Zeug. Da steht HTML, Head und Body und nochmal HTML. Der Chrome hat auch mal gemerkt, wir wollen eine HTML-Seite anzeigen und hat festgestellt, das ist aber gar keine HTML-Seite und hat einfach mal so HTML drum herum gebaut, damit er das anzeigen kann. Das ist also eine standardmäßige Erweiterung des Inhalts, der da geliefert wird. Hintergrund ist der, dass tatsächlich eben die Leute, die Webdesigner wurden, praktisch keine Ausbildung hatten, unbedingt und sehr viele fehlerhafte HTML-Dokumente geschrieben haben und die Browser-Hersteller sehr stark darauf gesetzt haben, dass die Browser so eine automatische Fehlerkorrektur vornehmen. Und daher kommt auch dieses Feature Tatsächlich sieht eine HTML-Seite, also sieht die korrekte Hallo Welt Seite so aus. Wir haben es zu tun mit strukturierten Inhalten. Ich gehe das einmal von oben nach unten durch. Wir geben in so einer HTML-Datei immer zuerst einen Dokumententyp an. Der Dokumententyp, der jetzt da oben steht, bedeutet HTML5. HTML5 ist der aktuelle Standard von HTML und das ist ein sogenannter Ist das zu klein? Das ist ein sogenannter evolutionärer Standard. Das heißt, es werden keine neuen Versionsnummern in HTML5 mehr vergeben, sondern der Standard wird einfach durch sogenannte Requests for Comments immer erweitert und was der aktuelle Stand des HTML-Standards ist, muss man in den jeweiligen Dokumentationen des Standards nachlesen. Darauf gehe ich auch nächste Woche nochmal deutlich intensiver ein. Jetzt machen wir hier bloß mal so einen kurzen Crashkurs, um da rein zu kommen. In, die eigentliche HTML-Seite, ist aufgebaut aus Elementen. Hier drin stecken jetzt vier Elemente. Einmal das Element HTML. Das geht von hier bis hier. Das ist das Element HTML. Ein Element beginnt immer mit einem öffnenden Tag und endet in der Regel mit einem schließenden Tag. Also diese Dinger hier, die heißen Tags. Spitze Klammer, Name des Elements, Spitze Klammer zu und das schließende Tag ist Spitze Klammer Slash, Name des Elements, Spitze Klammer zu. Nicht alle Elemente haben oder benötigen ein schließendes Tag. Das werden wir in einigen Beispielen sehen. Die, mit dem wir heute hier zu tun haben, brauchen alle ein schließendes Tag. Die Grundstruktur so einer HTML-Seite besteht aus zwei wesentlichen Teilen, nämlich aus einem Head, das kennen Sie jetzt schon von den HTTP-Requests und aus dem Body. Im Head stehen Metainformationen über das Dokument, im Body stehen die eigentlichen Inhalte des Dokuments. Beispielsweise steht hier im Head der Titel drin, also die Überschrift. Das ist das, was hier oben in diesem Tab angezeigt wird. Und im Body stehen die eigentlichen Inhalte. Und das ist jetzt tatsächlich eine korrekte HTML-Seite. Die wird, wenn man die so überprüfen würde, tatsächlich so funktionieren. Das ist die kleinstmögliche HTML-Seite, die es gibt, nicht ganz, man könnte jetzt den Titel noch weglassen. Aber das ist die Grundidee von HTML. Wir bauen eine hierarchische Struktur auf aus verschiedenen Elementen. Und diese Elemente werden vom Browser im Wesentlichen oder üblicherweise als Rechtecke gerendert und dann dargestellt. Wichtig ist dabei, dass das Ganze wie ein einziger großer Fließtext ist. Wenn ich das jetzt hier neu lade, sehen Sie, dass dieses das ist Fließtext einfach hinter das Hallo Welt geschrieben wurde, obwohl es in der Quellcode-Datei zwei Zeilen drunter stehen. Der Browser interpretiert also so eine HTML-Seite als ein Stück Fließtext. Jetzt werden Sie sagen, ja Moment mal, die ganzen Internetseiten, die ich kenne, die sind ja gar nicht Fließtext. Stimmt, es gibt ein paar Elemente, die dieses Fließtext-Idee durchbrechen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Sorten von Elementen, sogenannte Inline-Elemente, das sind welche, die in einer Zeile stehen, die in einer langen Zeile hintereinander, und sogenannte Block-Elemente. Die Block-Elemente, die fügen immer neue Zeilen ein und stehen über die gesamte Dokumentenbreite auf eigene Zeilen. Und das wollen wir uns jetzt auch noch einmal kurz angucken und dann lasse ich Sie für heute in Ruhe. Ich werde Ihnen nur zwei Elemente zeigen. Und dann haben Sie schon alles, was Sie benötigen, um die erste Übung durchzuführen. Okay, das ist jetzt ein Block-Element, das nennt sich Diff. Ja, das ist auch wieder öffnen das Tag, schließen das Tag, dazwischen steht der Inhalt. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass man die Dinger ineinander schachteln kann. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, sehen wir, dass jetzt für jedes dieser Diff-Elemente ein Umbruch erfolgt ist. Wenn wir hier reingucken, dann können wir zum Beispiel auch hier die Elemente selektieren und dann wird hier angezeigt, welches das ist. Und dann sehen wir, dass die ineinander auch geschachtelt sind. Also so wie ich das in den Quertext reingeschrieben haben. Dieses ineinander schachteln ist von großer Bedeutung, können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn man so Komponenten baut, die zusammenhängen. Darf ich Sie noch bitten um drei Minuten Aufmerksamkeit? Ich bin wirklich gleich fertig und für einige ist es von Bedeutung, das hier zu verstehen. Das wird dann wichtig werden, wenn wir zum Beispiel aus mehreren solchen Elementen größere Dialoge zusammenbauen oder größere Komponenten zusammenbauen und die auf einen Schlag ein- oder ausblenden können. Dann ist es wichtig, dass sie ineinander geschachtelt sein können, weil man ansonsten alle Elemente, aus denen so ein Ding besteht, einzeln ausblenden müsste. Und so ist es halt mit dieser Schachtelung sinnvoll möglich, einzelne Kontrollen komplett auszubilden. So, das ist ein Element. Und das zweite Element ist der Link. Der Link ist ein Inline-Element. Das kennen Sie natürlich auch. Was Sie vielleicht nicht kennen, ist, wie man ihn aufschreibt. Ich zeige Ihnen erstmal, was es tut. So, hier ist jetzt so ein Element entstanden, oder so eine Darstellung links zu einer anderen Seite. Wenn ich da draufklicke, kommen wir dann eben auf diese Seite E2, die wir gerade schon gesehen haben. das ist also das, was die einzelnen Ressourcen im Internet miteinander verbindet und das werden wir auch nutzen, um unsere verschiedenen Komponenten und Kontrolls miteinander zu verbinden, also die Teile unserer Anwendung miteinander zu verbinden. Wenn wir eine Seite haben, in der alle Artikel dargestellt werden und dann auf eine Seite wechseln wollen, in der nur ein einzelner Artikel dargestellt wird, dann schauen wir mal hier zum Beispiel, jetzt haben wir hier alle Blogbeiträge, jetzt klicke ich auf einen, dann sehe ich noch diesen einen. Das ist also die Verbindung zwischen den verschiedenen Seiten, die wir nutzen wollen. Das Schlüsselwort oder der Elementname ist A für Anchor und dann geben wir hier noch so ein Attribut, nennt sich das an. Wie die genau funktionieren, werde ich in der nächsten Vorlesung im Detail noch erläutern, nur damit Sie jetzt erstmal an den Start kommen, hier einmal so im Schnelldurchlauf. Das nennt sich href, das steht für Hyperref, also für Hyperreferenz, eine Referenz auf ein anderes Element und dann wird der relative Pfad angegeben. Relativer Pfad, also Pfad vom aktuellen Element, von der aktuellen Ressource aus zu der Ressource, die ich ansteuern will. Es gibt hier auch wieder ein schließendes Tag und dazwischen steht einfach der Text, auf den ich klicken können möchte. Das sind die zwei Elemente, die Sie jetzt so für die Übungslösung brauchen. Das, was Sie in der Übung machen, das wird noch nicht besonders schick aussehen, das ist aber nicht weiter schlimm. Es geht nur darum, dass Sie die strukturellen Hintergründe dieser Dinge verstehen und einüben. Also, HTML ist eine Sprache abgeleitet von XML, besteht aus Elementen. Elemente bestehen in der Regel aus zwei Texten im Öffnenden und im Schließenden, die jeweils mit spitzen Klammern gekennzeichnet sind. Das HTML-Dokument besteht aus zwei Teilen, Head und Body. Das, was wir sehen können, steht im Body, im Head stehen die Informationen über das Dokument. Das ganze Dokument ist ein einziger Fließtext, es sei denn, wir bringen Elemente ein, die diesen Fluss unterbrechen. Und das sind zum Beispiel Diff-Elemente und wir können verschiedene Dokumente miteinander verknüpfen, in dem wir Links einbauen und die bauen wir ein mit A. In den Literaturhinweisen finden Sie Verweise auf Codecademy, auf W3-Schools, auf Self-HTML und auf noch ein paar weitere Webquellen, die Ihnen weiterhelfen werden als Referenz, um herauszufinden, welche Elemente es gibt und wie man sie verwendet. Also, ich werde hier in der Vorlesung nicht das Referenzhandbuch vorlesen, das ist nämlich total langweilig, für Sie und für mich auch. Deswegen werden wir diesen Teil in die Übungen verlagern. Ich werde Ihnen hier versuchen, die Konzepte vorzustellen und Sie sollen in den Übungen diese Konzepte anwenden und im Rahmen von Selbststudium sich halt natürlich dann auch mit den verfügbaren Elementen und deren Verhalten auseinandersetzen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie wieder, seien Sie fleißig.